Rast. Wenn etwas zu Ende geht, denkt man oft an den Anfang. Man denkt daran, was man hinter sich hat. Was deine Mitspieler versucht haben, mit dir anzustellen. Aber du hast dich durchgebissen. Du hast dafür gesorgt, dass sie so etwas nie wieder mit ihr anstellen. Aber das ist Rast. Eine Story. Eine Geschichte. Und das ist unsere. Die Geschichte. Untertitelung des ZDF, 2020